Consors Finanz bietet, nach eigener Aussage, mit der Cash Reserve eine extrem günstige Dispo-Alternative. Aber wie gut ist die Consors Finanz Cash Reserve wirklich und was sind die Unterschiede zu einem klassischen Dispo-Kredit? In diesem Video zeigen wir Dir, wie die Cash Reserve funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie mitbringt, welches Produkt außerdem kostenlos dabei ist, ob sie sich lohnt und welche Alternative eventuell besser für Dich geeignet ist. Hallo und herzlich Willkommen bei GeldRat. Wenn Dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Legen wir los! Die Vorteile der Consors Finanz Cash Reserve Vorteil Nummer 1 – Günstiger Zins Die Cash Reserve ist für einen aktuell sehr günstigen Zins erhältlich. Der effektive Jahreszins beträgt nur 2,99%, der nominale Sollzins 2,95% per annum. Bei einem Netto-Kredit von 3000 Euro liegt die monatliche Rate bei 87,18 Euro. Die Gesamt zurückzuzahlende Summe beträgt dann 3138,38 Euro bei einer Laufzeit von 3 Jahren. Vorteil Nummer 2 – Kostenlose Kreditkarte inklusive Mit der Cash Reserve erhältst Du automatisch eine Kreditkarte ohne Jahresgebühr. Bei ihr handelt es sich um eine Kreditkarte, die gegenüber anderen einige Vorteile bietet. Sie ist kostenlos. Es fällt also keine Jahresgebühr an. Du kannst bei Dir weltweit kostenlos Geld abheben. Automatenbetreiber können eigene Gebühren berechnen. Auch Kartenzahlungen sind weltweit kostenlos, denn es fällt keine Fremdwährungsgebühr an. Und die Abrechnung aller aufgelaufenen Abhebungen und Kartenzahlungen erfolgt nur einmal je Quartal. Bei vollem Ausgleich des Saldos erhältst Du also einen zinsfreien Kredit von bis zu 90 Tagen. Die Nachteile der Consors Finanz Cash Reserve Nachteil Nummer 1 – Kreditrahmen beschränkt Die maximale Kreditsumme, die Du zum Sonderzins aufnehmen kannst, beträgt 3.000 Euro. Nachteil Nummer 2 – Kreditlaufzeit beschränkt Die maximale Laufzeit zum Sonderzins beträgt 36 Monate und Du kannst den Kredit nur einmal zu diesem besonders günstigen Zinssatz aufnehmen. Cash Reserve zum Dispokredit Während Du einen Dispokredit flexibel zurückzahlen kannst, ist die Cash Reserve ein Ratenkredit mit festen monatlichen Raten, den Du innerhalb von 3 Jahren zurückzahlen musst. Dafür erhältst Du einen deutlich besseren Zins. Außerdem steht Dir die Cash Reserve nicht wie ein Disporahmen dauerhaft zur Verfügung, sondern Du müsstest einen neuen Ratenkredit aufnehmen, wenn Du ein weiteres Mal Geld benötigst. Am Ende des Videos zeigen wir Dir eine Alternative, die wie ein Dispo funktioniert. Der Zinssatz ist zwar etwas höher als der von der Consors Finanz Cash Reserve, aber Du kannst in Anspruch genommene Beträge genauso flexibel zurückzahlen wie bei einem Dispokredit und das zu einem deutlich günstigeren Zinssatz als den üblichen Dispo-Zinsen. Lohnt sich die Consors Finanz Cash Reserve? Als Ratenkredit bietet Dir die Cash Reserve im Vergleich mit anderen Ratenkreditangeboten sehr günstige Konditionen und ist, wenn der Kreditrahmen von 3.000 Euro sowie die maximale Laufzeit von 3 Jahren ausreichend für Dich ist, ein sehr attraktives Angebot. Einen günstigeren Kredit zu finden, wird schwer. Sehr interessant ist die Kreditkarte, die Du kostenlos dazu erhältst. Mit ihr nutzt Du einen Kreditrahmen, der nur einmal im Quartal abgerechnet wird. Bei vollem Ausgleich bekommst Du hier also ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 3 Monaten. Das ist in Deutschland derzeit bei keinem anderen Anbieter möglich. Alternative zur Cash Reserve Wenn es Dir um eine echte Alternative zu einem Dispo-Kredit geht, Du also einen Kreditrahmen ohne feste Laufzeit nutzen möchtest, dann ist der ING Rahmenkredit eine sehr gute Alternative. Hier ist ein flexibel nutzbarer Kreditrahmen von bis zu 25.000 Euro möglich, was deutlich höher als der von 3.000 Euro bei der Consas Finanz Cash Reserve ist. Beim Zins zahlst Du etwas mehr, allerdings deutlich weniger als bei den meisten Dispo-Krediten. Den aktuellen Zins findest Du unter dem Link in der Beschreibung. Hast Du noch Fragen zur Cash Reserve von Consas Finanz? Dann schreib uns gern in den Kommentaren und wenn Dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Like von Dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!